Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Mega Man 4, müsste das sein, genau. Ähm, ja, wir haben das letzte Mal schon einige Mans um in die Ecke bringen können. Und Mans vor allem, es sind ja eigentlich Min, aber... Ja, egal. Wir haben jetzt noch Ringman, Diveman und Brightman vor uns. Ähm, jetzt bin ich gerade mal am überlegen... Diveman. Ich hab keine Ahnung. Ring? Ich versuch mich jetzt einfach mal an Ringman. Wir werden mal gucken, wie weit wir einfach kommen. Ähm, jo. Wir haben heute den 24. März. Wann wird März? Oh, scheiße. Oh, nein. Das war Divey Stage. April haben wir auf jeden Fall noch nicht. Ähm, nein. Weil, dann hätte ich schon Urlaub gehabt. So, das läuft ja hier ganz gut. Das brauchen wir nicht. Sind wir hier schon mal bis zum Ende gekommen? Ich weiß es gar nicht. Schön, dass Sie hier... ...nur einen Schlag brauchen, wenn Sie nicht... Können Sie sehen, wie toll ich synchronisiert habe. Okay, das war das, an was ich mich noch erinnern konnte. Bis hierhin und dann weiß ich nicht mehr, was kommt. Ach, der... Ist das der Boss mit den Dingern, die man wegschießen muss? Ja. Okay, dann weiß ich hier noch Bescheid. Wir müssen auf jeden Fall hinten in die Ecke rein. Okay, dann weiß ich hier noch nicht. Das musste gerade mal sein, Entschuldigung. Ich glaube, es wäre besser, wenn wir hier... Oh, ein Leben! Wenn wir hier irgendwie, äh... Okay. Ich glaube, es wäre besser, wenn wir hier irgendwie... ...neine andere Fähigkeit von uns benutzen würden. Ich glaube, das ist dann einfacher. Okay. Ah, er hier. Ich verstehe das noch nicht so ganz wieder. Hier bin ich auf jeden Fall sicher, so wie das aussieht. Muss ich mir merken. Ich habe das Timing so überhaupt nicht drauf, ne? Okay, das hätten wir. Hat er denn schon mal totgekriegt überhaupt? Waren wir hier unten... Ah, hier kam noch mal der... ...komische Typie, ne? Ja. So, ab in der Ecke auf jeden Fall. Wir versuchen einfach mal... ...Drill. Na, das bringt mal so gar nichts, ne? Ach, komm. Oh, kleine Energie. Ganz wichtig. Wir könnten uns hier eigentlich auch Sachen farmen, ne? Ja, so nicht. Falsche Richtung. Oh, ich bin so dumm, ne? Oh, noch ein Leben. Gerne. Gerne, gerne, gerne. Ja. Ich bin so geil, ey. Ich bin der Wahnsinn. Wo starten wir denn? Wir haben immerhin zwei extra Leben bekommen. Und da ist mir... ...schmeiß mich doch bei Mega Man 1 raus. Weißt du? Das ist ja hier wohl mal... Das ist doch... ...Dreistigkeit hoch 10, oder nicht? Die hätten doch... ...da, wo das angefangen hat, schwarz zu werden. Da hätten sie doch... ...ein Save-Point hin machen können, oder nicht? Das ist wahrscheinlich dann, wenn wir den besiegt haben, dann... ...ist da das Save-Point ist, wahrscheinlich. Nö, das will ich nicht haben. Das brauche ich nicht. Ja, leck mich doch. Fett, ey. Oh, große Energie. Vielen Dank. Nee, oh. Die holen wir uns aber. Ist zwar nur ein bisschen, was er auffüllt, aber immerhin... ...sind wir dann komplett voll aufgeladen. Gäh. Falsche Richtung. So. So, jetzt kriegen wir hier, glaube ich, nochmal unseren... ...unsern... ...Typi. Hier... ...mache ich ihn jetzt... ...versuche ich ihn einfach kaputt zu kriegen. Einfach. Ist mal so schnell daher gesagt, ne? Das war's, glaube ich. Ich dachte eigentlich, wir würden auch eine große Energie, wir würden die Missiles hier kaputt kriegen, wenn wir ganz hinten stehen würden, aber da täusche ich mich anscheinend. Aber das lief jetzt ganz gut, muss ich sagen. So, dann gucken wir mal, was hier auf uns noch zukommt. Die brauche ich nicht, ich habe volle Energie, glaube ich jedenfalls mal. Den wollen wir erstmal kaputt. Den kriegen wir nicht kaputt, jedenfalls nicht so, aber er ist aus dem Bild geglitscht, von daher ist mir ziemlich Wumpe. Hier werden wir uns wieder hinten schön hinstellen. Das war gut. Der hat einen Ticken länger, braucht der, als ich das denke. Oder als man das eher gewohnt ist, sag ich mal. Das war auch gut. Gucken wir jetzt hin. Ach genau. Obwohl, das geht ja eigentlich hier, ne? Von der... Ich schätze mal, dass hier nach wird der .com gespeichert wird. Na schön. Ach komm. Was soll der Geiz? Ist das so richtig, wie ich den mache? Das läuft gerade sehr gut, weil ich immer die Messer als treffe. Ich nehme mal so ein Stückchen von ihm. So, ich denke mal, hier wird jetzt der Safe Point sein. Was ist das? Ich will mal sagen, wir gehen da hoch. Äh, Coil. Fangen wir runter? Ne. Oh, hallo. Noch ein Leben. Geil. Vier Stück haben wir jetzt. Nicenstein. Ja gut. Dann kann es doch weitergehen. Uns hält jetzt nix mehr auf. Außer diese Dinger. Aber die sind gerade momentan sehr nett zu mir. Was ist das? Ja. Ja, ja. Läuft das genauso rum? Wir haben ja Jet, ne? Ich glaube, wir probieren einfach mal Jet aus. Also, wir waren hier auf jeden Fall noch nicht. Das kann ich sagen. Können wir schießen? Ja. Schön. Achso, das war, weil ich da gegen... Düst bin. Wow. Duh. 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 Mich landen. Wie mache ich das denn weg? Mann. Eieiei. Okay. Das sieht irgendwie so aus, als ob man das hier kaputt machen könnte, das Grüne. Habe ich dafür irgendwas? Ich glaube nicht, ne? Vielleicht Toad. Macht der Regen? Ne. Also, er macht schon Regen. Ähm. Aber nicht so, wie ich das haben möchte. Okay. Ich schätze mal, das wird jetzt dieses letzte Fitzelchen sein. Naja. Zum Glück mit Ankündigung. Das ist nochmal sowas. Sowas Grünes. Oh, jetzt trifft er uns aber. Okay. Der ist näher an uns dran. Oh, jetzt trifft er uns aber. Oh, jetzt trifft er uns aber. Okay. Fick mich, ey. Können wir... Ich versuche nochmal Drill. Mhm. Hat super funktioniert. Aber ich schätze mal, wir werden jetzt hier irgendwo ein Save-Point gehabt haben. Ja, genau da, wo ich mir vorgestellt habe. Und ich glaube, wir haben jetzt nicht mehr so viel... Ach, fick dich doch. Nicht mehr so viel... Ähm. Heißt der Hund? Der Scheißhund. Wie heißt der? Jed. Obwohl, doch ist noch relativ viel da. Na gut, dann fliegen wir da nochmal drüber. Ich muss das ein bisschen im Auge behalten da drüben. Man kann auch mit dem nicht umdrehen, ne? Der fliegt die ganze Zeit in eine Richtung. Penner. Haben wir Energie? Nee, haben wir nicht. Geben auch nix her, ne? So, was könnte denn da Pharao vielleicht? Mal gucken. Vielleicht bringt das ja was. Hm, tipp.